Drei, Zwei, Eins, BATTLE! Oh, Alter, das ist doch... Yo! Genau, Alter, übertreib halt direkt! Willkommen bei dem Jörgess, in einer neuen Folge von meinem... Willkommen, Leute! Wieso bist du noch im Game-Mode? Hallo! Entschuldigung! Egal, guck mal, was ich im Preis mitgebracht habe. Einmal Professionalität. Jetzt bin ich bereit zum Battle. Oh, nee, ich brauche Essen! Penispompe! Okay, was auch immer. Okay, Palle, erklär mal, was wir hier heute machen. Ja, meine Damen und Herren, heute ist mal wieder Trophy-Battle. Das letzte Mal gab es ja ein Flug-Battle, heute geht es um die Wurst in Sachen Panzer. Und ja, diese wunderschöne Statue gibt es zu gewinnen. Man kann den einfach noch nicht schlagen. 32-Gunpowder. Und wir werden uns jetzt gleich schön in unsere Panzer bewegen und dann geht es los. Würde ich mal spontan sagen. Das heißt, es geht heute um 32-Gunpowder und um diese schöne Kanone. Und die Wimpel hier, die Fähnchen, die könnt ihr auch natürlich behalten. Die Fähnchen darf man behalten. Ich habe letztes Mal keine Fähnchen bekommen. Das letzte Top-Battle habe ich gewonnen. Ja, aber es ist ja das... Blei, 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 blei. Blei. Für meine Zuschauer übrigens. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das mit Shader aussieht. Ich finde das gerade ganz schön eigentlich. Ich dachte mir, das wäre für das Punch-Battle vielleicht angebracht. Das ist möglichst ewig zu unterlegen mit... Okay, okay. Alle in die Panzer. Ich bin hier PvP-mäßig unterwegs. Ganz klassisch, um alles zu sehen, um euch kaputt zu machen. Ey, wir haben gesagt, wir starten in der Mitte. Wieso seid ihr denn schon bei eurem Panzern? Achso, wieso starten wir in der Mitte? Ja, aber das Problem ist, ich kann immer ganz schwer bei mir in den Panzer einsteigen. Mina! Was? Ne, da passiert nichts. Oh, hier liegen ein paar Mina rum. Wer hat die denn da hingelegt? Es geht in dein Panzer. Los, in den Panzerheizdehner. Und dann geht's los, komm. Kinder! Ich habe euch genau im Visier. Ich habe dich auch im Visier. Warte, ich weiß noch, ich muss was ändern. Schießt man denn hier? Ah, okay. Wer mit links klickt, ne? Seht ihr den Zombie da unten im Runden rum? Guck mal, wie süß das ist. Ich bin auch bei meinen Leuten. Das hier ist mein Panzer. Ja. Mit dem mache ich euch kaputt und damit hole ich mir das Gampo, oder? Okay. Wer zuerst zweimal gewonnen hat alles, ne? Genau. Jetzt mach's noch und schießt dich weg. Ich kann hier den Panzer rein. Junge, du hast doch deinen Führerschein gemacht, Alter. Du musst mehr zu dem Löris da vorne. Ich bin... Wer ist denn der Löris? Der Löris ist der... Der Schwaleg. Hat er so ne Klappe, wo man so rein geht? Ja, genau. Das ist der Löris. Ach, du meinst... Palle, was machst du da hinten? Machst du so krasse Tricks mit dem Panzer? Boah, ja. Junge, was ist denn mit dir, Felix? Ich spreche dich gleich in die Luft. Wo muss man denn drücken, um da rein zu gehen? Alter! Ich komme hier nicht rein! Wie geht es denn? Ich schieße dich gleich auf dich. Mach! Oh, wie geil. Einfach die ganze Zeit rechtsklick überall. Wie gesagt... Ich spalle mal rechtsklick. Ich spalle mal rechtsklick. Guck mal, Dena. Siehst du, wo ich gerade stehe? Ich stehe in dem Panzer drin. Siehst du das hier? Ja. So, spring hoch und mach rechtsklick. So wie ich. Ja, warte, ich mach das. Und... Oh, ist das funktioniert. Siehst du, sehr geil. Okay, Leute. Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Battle! Oh! Äh, ja. Oh, Alter. Ja! Genau, Alter. Übertreib halt direkt. Ja! Direkte erst hin. Nein! Nein! Ich will nicht in das Loch fallen. Mama! Wir haben also 32... Jederzeit eine Ladung von 32. Oh, Gott. Oh, da war ein Min. Wo ist Dena? Guck mal, wo Dena hingefahren ist! Ich bin rückwärts gefahren, also. Puh, das war ja voll clever. Und wir haben hier... Oh, Junge! Du hast den Preis gesprengt! Nein! Pahle, du hast den Preis gesprengt! Ja! Ich feier... Nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin fast in so ein Loch angeflogen. Jetzt hör auf, Paluten! Was denn? Es gibt nur noch andere Gegner außer mir. Ach so. Ja, du bist doch auch direkt auf mich gefahren. Ja, und dann schießt er selber. Ja, als ob du jetzt so krass gehirrt hast. Alter, ich bin noch down! Haha! Ey, das ist schon wieder so typisch! Ihr geht beide wieder nur auf mich! Jetzt kommt Dena von der Seite wieder mit seiner blöden Vorarbeit! Nein! Das mach ich... Ich mach das nicht nochmal mit! Aua! Verschwinde! Ich... Au! Ich ziel nur auf die Scheiße! Auf die Scheiße! Dena zielt nur auf die Scheiße! So, Freunde, weiter geht's! Ab hier in den Panzer. Warte, 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 ich muss ganz langsam noch reinkommen. Ja, kommst du erst rein oder kommst du nicht rein? Ja, wie denn? Mein Pinockel Tower hier ist weg! Ich hab kein... Ich hab kein Hallo! Ja, ich hab auch keinen Tower mehr! Ich sitz hier auch einfach in der Luft! Ja, wie komm ich denn jetzt da rein? Ja, das musst du selber wissen, wie das funktioniert! Ich werd dir ja ganz bestimmt nicht helfen! So, ein Turmkopf, der nicht in seinen Panzer reinkommt! Wie, er denn? Ja, er hat den Panzer einfach abgebaut! Ja, das war versehen! Ich komm mir nicht mehr... Ach, jetzt! Okay, ich bin drin! Ja, der ist immer noch kaputt! Weiter geht's! Kann ich denn trotzdem noch mit schießen? So, geht's los? Versuchen wir es zu schießen? Ja! Auf geht's! Ja, genau! Ja, toll! Vor allen Dingen hab ich mich jetzt... Ja, Leute! Nein! Als ob... Als ob er einen Lucky Shot gemacht hat! Oh nein! Ja, eskaliert! Geh weg! Lass mich! Bitte! Kriegt er jetzt auch einen neuen Panzer? Bitte! Bitte lass... Ah, der fährt über mich! Fick mich! Nee, nee! Also, ich würd sagen, wir starten jetzt hier gleich wieder mit den Panzern! Gleiche Map! Aber vielleicht sollten wir mal... Lass uns mal andere Panzer ausprobieren, oder? Äh, ich würd sagen... Gibt's da andere Panzer? Ja! Ja, meinetwegen! Neue Panzer! Machen wir das! Okay, Leute! Dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder! Bis gleich! So, dann sind wir mal wieder zurück, Freunde! Auf geht's! Neuer Panzer aus Glück! Also, es geht jetzt schon los? Okay! Es geht jetzt schon los! Heiß geht's her! Heiß wird's hergehen! Oh Gott! Oh Gott! Boah, das ist viel schneller der Panzer! Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Oh! Boah! Es geht jetzt noch mal extra hergeleute! Wenn man... Wenn man stirbt, also wenn der Panzer kaputt geht, dann darf man noch... ...kann man zwar nicht mehr die Runde gewinnen... Boah, wie schnell ist dieser Panzer?! Er geht nicht mehr rumlaufen! Boah! Der ist richtig steil, Mann! Alter Schwede Oh Gott oh Gott Boah Patrick Wow Der schießt doch wie schneller Bamm Alle auf Palle Ja als ob Boah wie schnell ist das Ding denn Oh Oh Palle hat schon sein Unterteil verloren Die wissen immer nicht was passiert Ey Oh Oh mein Gott Oh Gott oh Gott Hilfe Oh das war gut Nein ich fahr in diesen Wasser rein Ah Leute Oh Gott oh Gott Oh Gott ich hab diesen Betrunkenheitseffekt bekommen Nein wir sollten jetzt zielen Oh Scheiße das ist unfair Leute ich bin besoffen Nein ich kann doch nicht Panzer fahren Dein alter Panzer Hast selbst zu verschulden Oh 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 Gott Oh Was macht ihr Affen dahinten man Wir bekämpfen uns Oh nein Oh Oh Ich liebe Panzerbettel Oh Gott Oh Jetzt Ja Crit hit Oh Oh Nein, nein, nicht in das Loch rein. Oh Gott, oh Alter. Boah, Palle ist fast down, Palle ist fast down. Ja, ja. Wow, das war knapp. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich kann mich nur noch kaum... Meiner fährt sich kaum noch. Was? Das kann doch nicht sein. Was? Palle ist... Nein, rede ich doch. Was? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Wo ist Palle? Palle backt voll. Ich kann ihn gar nicht sehen. Lecker, boy. Hä? Wie konnte das passieren? Mein Panzer war komplett heil. Ja! Nein! Halt es auf! Ja, dass wir uns das C4 werfen können. Ja, halt es auf. Wollt, geil. Da steht er ja unten dann. Ich bin wieder in meiner Base. Ja. Ich habe euch damit gemacht. Okay, okay, Leute. Letzte Runde, oder? Ja. Na, was heißt letzte Runde? Wenn du gewinnst, ist es noch zwei Runden. Ja, okay, Leute. Auf geht's. Aber ich würde sagen, wieder mit den Panzern. Ja. Oder machen wir was Neues. Die war... Oh Gott! Es ist ein paar... Heute ist Panzer-Battle. Beim nächsten Trophy-Battle gibt es was anderes. Aber heute sind die Panzer angesagt. Ja, ja. Nee, nee, klar. Aber lass uns wieder den nehmen. Der war am coolsten, ey. Der ist so schnell. Der erste oder der hier? Der hier, der hier, ne? Der hier. Ja, ja, genau. Ja. Leute, wir bauen kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Wer ist gleich? Dritte Runde. Ihr habt gerade noch was im Mund. Was soll die Scheiße? Ja, ganz selber schuld, du Dummkopf. Das geht halt schon. Bam! Autsch. Oh, Alter. Oh, nice. Hitz hier von mir. Oh, einfach mal schön durchgefahren. Oh, das war ein guter Treffer. Ja, ich bin schon... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, ihr geht schon hier. Nein! Oh! Ich schieße euch ab. Oh, scheiße. Drehen das mal. Palle, das ist ultra dumm, was wir gerade machen. Das ist ultra dumm. Ja, aber wir sind halt dumm. Palle, das ist das Düppste, was wir machen können. Den haben wir den Vorteil. Palle, wir müssen uns auf den noch fokussieren. Nein, ich habe mich fokussiert. Ja, aber wir können... Wir können doch nicht teamen. Oh, Alter, das war ein passender. Alle auf Palle, alle auf Palle. Nein, wieso denn auf mich? Wenn Palle noch einmal gewinnen, ist es... Ja, aber du doch auch. Ja, das stimmt. Aber alle auf Palle. Ah, nicht so teuer, das tut weh. Wow, ballascham, aller Bingo. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Nein! Ja! Ja! Er ist down, yes! Stinkerverlooten. Was? Ja, der war gut. Wach auf! Ah! Ah! Okay, jetzt müssen wir kommen. Wie kann der Juni noch schießen? Der hat doch nicht mal einen Geschützturm. Der hat das auch gemacht. Gibt's? Oh, ich hab Zepplings aus Versehen in der Hand. Was macht ihr? Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Juni, 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 Juni. Ich hab das jetzt da hinten gezündet. Go, Revi, du musst gewinnen. Du musst gewinnen, Revi. Ich glaub ihn. Nein! Ich glaub ihn, ja schon. Los. Ja! Was? 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 Zweiter Tor, wir werden sie gewonnen. Was? Yes, Evie. Ich weiß nicht wie, ich hab ihn immer getroffen. Ich hab ihn immer getroffen. Mein, der war fast kaputt. Oh, ich bin ja noch im Game Out. Mein, meine, left track, right track und turtle war komplett down. Nur noch der Chor war 37%. Alter, du bist so ein blöder Lacker bist du wirklich. Äh, ich bin ein Top-Fahrer, glaub ich, oder? Ehre, ehre, wem Ehre gebührt, meine Damen und Herren. Ja, aber in dem Fall, also, ne, wenn wir jetzt mal ehrlich, ganz ehrlich, warte mal ganz kurz. Moment. Was denn? Kannst du mal ganz so stehen bleiben, Felix? Ja. Dann. Was machst du da? Das Problem ist, wir würden dir ja gerne deinen Preis übergeben, Felix. Aber, äh, ja gut, in der ersten Runde ist er ja leider explodiert. Deswegen, äh, technischer K.O. Tut mir leid. Was? Ich bekomme mit 32 Gunpowder und ich bekomme den Kack-Kanonen mit. Ist gar nichts. Ich bekomme das. Alter, wo bin ich denn jetzt hier gesprungen? In deinem Haus. In deinem Haus. Jetzt noch sein Grabstein noch. Der Leck-Dinner. Das hier ist mein Futura-Block, den habe ich letztes Mal gewonnen. Direkt daneben kommt meine Gun. Ja, 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 ja. Palle, ganz ehrlich, in der nächsten Folge wird einfach draufgehen. Ich meine, er hat hier gut gespielt, das muss man ihm hier einfach lassen. Ja, auf jeden Fall, aber Ehre mit Ehre gebührt, Freunde. Das war's von dieser Folge vom Trophy-Battle. Wir sehen uns morgen wieder mit der regulären Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Schau da rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Musik. 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 Musik.